Dein Blick kommt, ich weiß, ich bin der, den du liebst. Du schenkst dir mehr, als ich dir jemals wiedergeben kann. Nein, nein, what a f***. Nigger, gib dir Kraft, Ade hier, Alter, lass mich in Ruhe, Alter, ja. Walla, diese Szene kotzt mich an. Walla, diese Szene kotzt mich an, die kotzen mich alle an. Ja, mich kotzt das auch so langsam an, aber nicht, weil Jo Olli einen guten Tag hatte, sondern weil ich mal wieder Lilano auf Wish bestellt habe. Also wirklich, ich habe einen Kanal gefunden, der Lilco heißt, sich anzieht wie Lilano, klingt wie Lilano, Texte schreibt, ähnlich wie Lilano, nur, dass er halt einfach die kindliche Version von Lilano ist. Aber es ist nicht irgendein Kind, sondern halt ein Boy mit heftigen Trip. Damit ihr auch direkt erfahren könnt, wie das Ganze so aussieht, dem zeige ich jetzt einfach mal hier diesen Einschnitt. Du trinkst vielleicht ein bisschen zu viel Fruchttika. In seinem Alter war ich noch voll im Club der wilden Kerle und er erzählt mir gerade eben, dass er wegen irgendeinem Girl irgendwie Alkohol trinkt. Jungs, ich bin raus, ich kann mir das nicht mehr geben. Vor allem, er dürfte halt auch nicht mal Energy trinken, weil das prinzipiell auch ab 16 ist. Aber jetzt mal weiter im Kontext. Der Typ, der sieht aus wie 12, der Typ, der klingt wie 12, ab einem was muss man ihm lassen. Und zwar sind seine Musikvideos zwar mega ähnlich gestaltet wie die von Lilano, aber die Musikvideos, die sind wirklich extrem gut geschnitten. Also die Qualität ist definitiv sehr, sehr gut bei ihm. Also nicht nur die Aufnahmen sind wirklich gut, sondern auch die Effekte, die dort rein bearbeitet sind. Da muss ich wirklich sagen, der Cutter hat das mega gut drauf. Und auch rein melodisch klingt das relativ stimmig. Nur ein Problem gibt's dabei. Und zwar sieht er aus wie 12. Und er klingt halt auch so, als wäre er halt noch nicht im Stimmbruch gewesen. Deswegen verkackt's das Ganze. Aber das Beste an ihm sind einfach seine extrem krassen Texte, die für jeden da draußen eine Inspiration darstellen sollten. So wie du das sagst, ist es nicht ganz richtig. Also allein schon die Titel sorgen bei mir schon extrem für Verwirrung. Denn zum einen rappt er in dem einen Lied, dass er nur noch Kick und Aldi trägt. Oh yes, Leute, ihr habt's gehört. Er schwört sogar darauf, dass er nur noch Aldi und Kick trägt, weil das so mega krass fresh ist. Und haut aber dann einen Track raus, der Gucci heißt, und sagt, wie krass das doch trippt. Guck mal, was sie sagen, ist doch fake, ja. Ist doch fake, ja. No front, aber der Einzige, der hier Fake Dinge behauptet, bist wahrscheinlich du. Denn wir gucken uns jetzt einfach mal deine deepen Real Talk Sachen an, die du hier jedes Mal raushaust. Dafür gucken wir uns jetzt mal seinen letzten Track Dior Sauvage oder keine Ahnung, wie das Ganze ausgesprochen wird, an. Also seht selbst. Ich hatte gutes Karma und jetzt hab ich Patte. Sechsen in der School, nur eine Fünf in Mathe. Dafür sechs Minuten am Kontostecke Asche. Okay, also augenscheinlich geht der Typ noch zur Schule, sagt, dass er ziemlich schlechte Noten hat, aber er macht mega krass Patte. Jetzt möchte ich mal von dir wissen, wie du wirklich krass viel Geld bekommst, wenn du doch eigentlich noch in der Schule bist, an sich wahrscheinlich kein Nebengewerbe hast und jetzt irgendwie damit flexen willst. Ich meine, mit zwölf Jahren konnte ich mir noch nicht solche Markenkleidung kaufen, die du zum Beispiel in deinen Videos trägst. Man muss aber generell sagen, ich denke, er ist ein ziemlich reiches Kind, würde ich schon fast sagen. Weil guckt euch mal diese Musikvideos an. Da muss man auf jeden Fall einfach gestehen, ich glaube, er steckt wirklich viel Geld auch mit in die Videoproduktion ein. Aber jetzt kommt der eigentliche Trip, denn wie er schon selber gesagt hat, er ist doch einfach nicht der Vorzeigeschüler mit seinen Noten, die er da bekommt. Und was macht natürlich kein Vorzeigeschüler? Richtig, er raucht Gras. Und genau das rappt er. Nice, Mann. Erstmal Gras rauchen, dann Moe gönnen und dann den Gönnjamin raushängen lassen. So muss es sein, Bruder. Also auf jeden Fall ein stabiler Typ, wenn er jetzt nicht zwölf Jahre alt wäre und sämtliche Kredibilität dadurch verliert. Aber wir dürfen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, denn einmal muss man trotzdem lassen und ihm gestehen. Und zwar setzt er sich wirklich mit Musik auseinander, denn ich habe noch nicht den vollkommenen Ohrenkrebs bekommen. Also rein melodisch kann man sich das schon geben, aber es ist halt textlich so wack, das tut mir mega weh. Aber jetzt mal noch eine Frage. Ist es euch schon mal aufgefallen, dass es immer bei Newcomern der Fall ist, dass sie nur um Geld flexen oder um irgendwelche Bitches und Fame? Ich meine, heutzutage ist jeder Real Talk oder jede diepe Sache, die die ansprechen wollen, einfach nur noch purer Schwachsinn, wie das zum Beispiel. Das ist kein cooler Einstieg für ein Gespräch. Ja, auf jeden Fall gibt dir eine angebliche Bitch ihren Arsch. Also ich meine, das Einzige, was sie dir vielleicht geben würde, wäre eine Eintrittskarte für das Bälle-Paradies im Ikea, damit du mit deinen Freunden dort spielen kannst, währenddessen deine Eltern dort einkaufen gehen. Also Junge, das ist so lost, da brennt mir selbst die Netzhaut weg. By the way, ist euch schon mal aufgefallen, dass der Typ hier mega stabil aussieht? Und nicer Boy. Doch widmen wir uns jetzt einfach mal dem Lied Gucci, denn wir wissen doch alle, das ist doch die Kindermode Nummer 1, wenn es darum geht, wie krass man sich doch fühlt. Schaut es euch einfach an. Ja, Bro, auf jeden Fall bist du an irgendeiner Pussy. Also wichtig wäre es erstmal, wenn du in den Stimmbruch kommen würdest, damit man dir auch noch halbwegs glauben könnte. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du in einem Musikvideo sagst, dass du Haze rauskommst? Das ist für mich gerade eher die größere Frage, weil dann müsste ich mich schon fast verantwortlich fühlen, mich ans Jugendamt zu wenden, damit da irgendwas geschieht, dass die Erziehung ein bisschen besser erfolgt. Aber jetzt mal Real Talk, jeder der das fühlt, der ist in meinen Augen maximal lost. Jetzt nicht deswegen, weil das irgendwie scheiße klingt oder so, sondern es werden irgendwelche Dinge vermittelt in den Texten, die ein völlig verschobenes Bild darstellen. Man kann nämlich hier sehr, sehr gut erkennen, dass sie irgendwelchen großen Musikern nachblabbern oder auch einem Lelano nachblabbern, wo es auch einfach nur teilweise um sehr belanglose Dinge geht, um Bitches, um Geld oder auch um zu flexen mit ihren Modemarken. Und das ist halt einfach übel lost. Dann seid doch wenigstens so stabil und rappt über Dinge, die ihr vielleicht selber erlebt habt, wo man dann auch wirklich selber als Zuschauer sagen kann, yo, der hat das erlebt, dem kaufe ich das ab. Aber ich kann keinem 12-jährigen Kitty abkaufen, dass er irgendeine Bitch dort wegflext. Denn sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich es trotzdem angehört hat, kann man sagen, der hat schon Potenzial. Und wenn er ein bisschen älter wäre, dann könnte er in meinen Augen schon ein besserer Musiker sein, als das, was er jetzt ist. Aber wie gesagt, er hat halt derzeit weder die Stimme noch das Alter, um über solche Dinge rappen zu können. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch diesen Trip fühlt. Vielleicht mache ich auch eines Tages mal so ein krasses Musikvideo. Ich werde mir noch Threadlocks machen lassen. Okay, es war ein Spaß. Ich bin ganz ehrlich. Aber in diesem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Und wie heißt es so schön? Stänkchen ans Wänkchen. Euer Alpha Kevin und ciao. Euer Alpha Kevin und ciao.